Oh Gott, Orgel. Wie ich Orgeln hasse. Jaaaaaaah. Aaaaaaah. Okay. Da geht's nicht mehr da geht es noch weiter, sicherlich. Geh mich mal kurz hier umgucken. Was ist denn los? Kein Fernsehen mehr. Ja, das ist ganz schön schlimm. Ich kann's verstehen. Würde genauso ausrasten ohne Fernsehen. Ich hab geträumt, mein Monitor weg, kaputt gegangen. Das war richtig scheiße. Konnte ich zwei Tage lang kein PC nutzen. Das war natürlich bitter. Albtraum. Rauben sind alle Telefone immer so düdüd. Den machen wir mal ganz ganz nah. Pass mal auf. Oh, nein, nochmal. Aha, alles safe. Okay. Da beten zwei. Worum beten denn alle? Da betet einer. Und ne Pflanze. Geh ich hier raus? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich geh voll einfach mal den Weg. Wenn ich hier irgendwo lang kann, dann geh ich hier einfach lang. Hätte ich auch springen können. Bestimmt hätte ich springen können, oder? Oh, geil. Sieht sehr einladend aus. Gott hate sickness. Ah, okay. Hier war eben der Typ, der abgeschossen hat. Die Kirchen läuten schon, die Glocken. Und da vorne steht ein Typ mit einer Kerze in der Hand. Geil. Willkommen, Gänsehaut. Gänsehaut. Am I ready? You are. We will join the Wall Rider in just a moment. My Job. You alone shall escape it, Alba. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Ja, wir halten die Kamera einfach drauf. Hauptsache wir haben alles auf Band. Ja, ich bin Kameramann, ne? Sieht man. In meiner geilen Kameratechnik. Okay. Ich möchte wieder raus, habe ich gehört. Lass mich durch. I'm the man. Ich will gerade gar nichts sagen, weil diese Musik einfach gerade so nach dem Ende läutet. Und ich will gar nichts sagen. Okay. Jetzt kann ich wieder was reden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo? Gut, dass ich richtig laufe. Lauf ich richtig? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geh rein. Nein. Ich hasse das so sehr. Ich hasse diesen Moment. Bist du ein Schwein? Ja, du bist ein Schwein, oder? Woher soll ich denn bitte schön das Richtige antizipieren, wohin ich denn gehen muss? Wie soll ich das machen? Frage ich mich schon seit eh und je. Mit mehr als zwei Minuten. Ich glaube, ich muss dann eher so da lang, oder? Wieder zurück. Macht auch Sinn. Ich gehe mal zuerst hier so rein. Ins letzte. Mach schneller. Und wieder raus. Und... Ah! Und laufen. Er ist hinter mir. Aber nicht allzu nah. Er kann nicht mehr sprinten. Oh nein. Oh doch. Oh hier lang. Oh hier rauf hier. Und woher weiß ich denn immer den richtigen Weg? Ich weiß immer den richtigen Weg. Boah, bin ich geil, ey. Ja, ist zu. Habe ich auch schon gesehen. Hallo? Aufzug! Nein, hier war aber flotty. Ah, so. Mal ein bisschen entspannen. So weit es eben geht. Jetzt komme ich zur Hölle, oder was? Oh. Ja, ich komme in die Hölle. Finde einen anderen Weg nach draußen. Alter, nice. Tag 23, immer noch kalt. Blut. Was ist da denn hier jetzt? Ein Labor? Auf jeden Fall Blut. Blut ist immer gut. Jetzt noch Pommes dazu. Oh, geil. Pommes mit Blut. Und Mayonnaise. Also Sperma. Hm. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ja. Von Mary Shell. Anonym veröffentlicht. Oh Mensch. So rief ich. Wie verblendet verharrst du doch in deiner Weisheitsdünkel. Okay. Genug. Genau. Genug. Und? Erst mal hier langlaufen. Na, na, na. Geil, ne? Das ist so ein bisschen so Dead Space mäßig, finde ich. So von der Atmosphäre her. Dead Space 3, oder? Können wir hier rein? Nein. Ist natürlich Block A. Oh, jetzt Blockhaus, ey. Wie geil wäre das denn jetzt? Ich habe gerade Hunger. Ihr merkt schon vielleicht. Ich habe immer Hunger, wenn ich aufnehme, ne? Ja, aber nichts zu essen da. Aber doch ein bisschen was noch. Ein bisschen noch. Was ist das für ein Körperteil? Ah, das ist ein Torso. Ein Corso wollte ich gar nicht. Das ist ein Opel Corso. Corso heißt das übrigens. Oh, fuck, ey. Ja, ich bin richtig schlecht heute drauf. Nur wieder, ne? Da haben wir noch mehr Einzelteile. Äh, noch ein Dokument. Und auf J. Oh, Gott. Oh Gott. Oh, Gott. Oh, Jennifer Rohn. Allmerkung, meine... Ja, okay. Ihr könnt ja auf Prost drücken, wenn ihr wollt, und das lesen. Für mich ist aber eine Zeit nicht zu lesen, weil ich keinen Bock habe zu lesen, gerade so viel. Ja, ich mag es, wenn es Texte sind, die man gut lesen kann. Aber nicht so Auszüge aus Krankenakten oder so. Das finde ich immer scheiße. Das kann man nicht so gut lesen. Das ist hart zu lesen. Ein dicker Schinken ist das quasi. Oh. Was ist... What? Nö. Ich will raus. Nein! Alter! Verpiss dich! Verpiss dich doch! Bin ich denn hier jetzt gelandet? War ich hier eben schon? Halt einfach mal drauf. Richtig so. Halt drauf. Lauf nicht weg. Ja. 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 Soll ich jetzt da langlaufen? Ja, von hier komme ich doch. Ich will ja nicht da langlaufen, weil ich komme. Ich darf schon wieder weiter da langlaufen. Hier war gut. Da war draußen. Hier war draußen. Ich bin da draußen natürlich. Nicht nochmal zurück. Jetzt will ich denn zurück. Jetzt mal ernsthaft. Ist hier immer noch zu? Ah, fuck, ey. Da muss ich ja wirklich dann mal ganz zurück, oder? Ja, scheiße. Okay. Aber wir haben schon mal hier den Wallrider gesehen. Und der war hübsch. Get a date mit ihm. Aber müssen wir ihn noch besiegen gleich oder so? Haben wir da noch ein wirkliches Ziel vor Augen? Oder einfach noch verschwinden vor ihm? Ah. Das ist Wernicke? No such luck. I am altered and sinned, but somehow, the only one left. Because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me. The poor idiot. Do you know, what this symbol represents? It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades, but never mastered. Erkopf discovered in my research a workaround. Turning the cells into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind, over body. It was foolish and wrong to say we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support. His anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Ja, okay. Wo ist denn das Hauptlabor? In diese Richtung? Ist ja wieder... Ah, hier. Aber machen die Wege immer alle erst später auf. Block B. Wir sind bald bei Block House. Angekommen. Hast du eine Batterie? Aber hier ist es hell genug. Aber das heißt, es wird nochmal dunkler, wenn wir eine Batterie aufsammeln können. Ist hier drin gewesen? In dem Raum? Nochmal 50 verschiedene Wege. Alles klar. Alles klar. Okay. Ist alles clean, glaube ich. Okay. Da bin ich gar nicht nachgucken. Ja, sieht es ein bisschen heller aus. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Aktiv. Da ist er wieder. Kann ich da vielleicht so lang? Geh mal. Geh mal. Geh mal da rein. Alter! Nein, 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 nein. Tut mir nichts. Oh Gott. Ich bin der. Ich hab mich bis dahin bei... Vielen Dank.